Ja, lassen Sie uns in Verbindung bleiben. Das Thema ist sicherlich interessant in drei Monaten oder so. Hast du es satt, wenn deine Beratungskunden den Auftrag immer wieder verzögern? Dafür gibt es eine Lösung und sie ist anders, als du denkst. In diesem Video zeige ich dir eine Methodik zur Gesprächsführung, die deinen Kunden hilft, die Dringlichkeit sofort zu erkennen. Mein Name ist Stefan Heinrich. Seit über 25 Jahren arbeite ich mit meinen Klienten zusammen an Methoden, um Geschäftskunden seriös anzusprechen und den Vertriebserfolg vom Zufall zu befreien. Wenn ich Consultants beim Kunden beobachte, dann sehe ich, dass sie die gleichen Methoden im Verkauf anwenden wie Gebrauchtwagenverkäufer. Sie wollen ihre Lösung vorzeigen und denken, dass der Kunde dann erkennt, wie toll das ist. Das klappt vielleicht im einfachen Produktverkauf. Bei komplexen Dienstleistungen klappt das nicht. Und ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Geschäft. Ich bekam eine Anfrage zu einem Verkaufstraining. Ich bestand auf ein kurzes Gespräch mit dem Entscheider und der sagte mir, er wolle Boardroom-Level-Kompetenz trainieren. Natürlich habe ich nachgefragt. Er meinte damit, dass Verkäufer sich auf dem Level der oberen Führungskräfte bewegen sollten. Das wollte er trainieren. Auf meinem Angebot stand also Boardroom-Level-Kompetenz-Training und nicht Verkaufstraining. Hast du gemerkt, wie wir den Verkaufsprozess umgedreht haben? Wir haben nicht in unserer Expertensprache geredet, sondern die Worte des Kunden genutzt, die nur in seinem Kopf waren. Und auf einmal konnte das Ja zum Kauf kommen. Den Auftrag habe ich bekommen. Und das ist kein Zufallsprinzip, sondern eine verlässliche Methode, die dich immer und immer wieder zum Erfolg im Verkauf führen kann. Weil du die Sichtweise, die Vision des Entscheiders herausfindest und ihm in seiner Sprache die Lösung bietest. Wie diese Vision-Selling-Methode im Einzelnen aussieht und vor allem für dich sofort einsetzbar wird, das zeige ich dir. Du musst nur hier klicken, um die Vision-Selling-Methode zu bekommen. Je nachdem, auf welchem Gerät du das siehst, ist der Link oben oder unten und du kommst auf diese Seite. Dort deinen Namen eingeben und deine E-Mail-Adresse, um Zugang zu einem ausführlichen E-Book und weiterführenden Videos zu bekommen. Ja gut, du kannst natürlich auch weiterhin jede Menge, ach ich überleg's mir mal, einsammeln. Oder du nutzt meine Methode, damit das Unterbewusstsein deines zukünftigen Kunden sofort klar signalisiert, hier bin ich richtig. Das ist mit der Vision-Selling-Methode möglich. Und dafür jetzt klicken, deine Daten eingeben und sie kommt in dein Postfach. Du wirst froh sein, es getan zu haben.